Herzlich Willkommen zurück zu EsplayGothic2 Da sind wir wieder Ja, in der letzten Folge haben wir einiges abgeschlossen Ja, und mit Leuten geredet Waren nochmal im Norden unterwegs und so weiter Und jetzt machen wir folgendes Wir gehen noch zu Sakita und geben ihr die Sonnenalue Dann könnt ihr uns vielleicht noch was mit euch mitbeibringen Ich hab da noch ein paar Lernpunkte rein, weshalb ihr den könnt Ich hab hier eh keinen mehr so in der Lage, der mir irgendwas beibringen kann Weil ich zu gut bin Also haben wir hier noch diese tolle Katakombe Die würde ich ganz gerne probieren Vielleicht haben wir jetzt eine reelle Chance Gegen die Skelette, gucken wir mal Wenn nicht, dann nicht Genau, und dann würde ich noch in der Folge Gerne Traumiers Armbusdruck abgeben Dann haben wir die Quest auch erfüllt Und dann gehen wir Richtung Minental Nur um dickes Gold zu holen Also groß erkunden werden wir das jetzt nicht Machen wir dann erst im nächsten Kapitel, denke ich mal Genau, also speichern hier nochmal, sind wir sicher Und dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein Also wie wir hier ohne Rüstung noch rein sind Das Paladin müsste das eigentlich ein bisschen funktionieren Wir gehen zuerst zu dem hier So, wir gehen hier immer so Schlüssel Ich glaube, dass wir die Truhe nicht der Reihenfolge öffnen müssen Weil sonst Stress Und die werden sich ja auch nicht groß Schönes mit Tüfer und Skelett Raum 3 Raum 2, Ok Raum 2, Ok Raum 2, Ok Und damit triggern wir was? Achtung, unteren und schwer ziehen. Ah, nee. Okay. Er vereiselt, ist aber nicht so toll. Jungs! Jungs! Ja. Okay. Da kam ich nicht aus dem Eis raus. Sollte mich zuerst auf den Mario stürzen, dass der mich nicht vereisen kann? Ich weiß nicht, ob ich nichts rauskomme. Doch, okay. Hä? Haben sie diesmal so spät gespawnt? Nein, ist machbar. Ich darf mich nur nicht von dem Eis trafeln lassen, weil dann komme ich nicht mehr raus. Weil das irgendwie ewig hält. Komm, spawn. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Alles klar. Das war die erste. Nichts zu plündern. Dann heilen wir uns auch eben schon hoch. Und dann auch von der Prozent, ne? Macht's keinen Sinn. Hm? So. Passt. Okay, dann haben wir noch die Schirrschuhe. Rohnstöcke versteckt. Gut. Ich muss noch ein paar Trinken rein. Ein bisschen Pfannen zu Fleisch. So. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Okay. Ja gut, dann können wir das ja auch abparken. Wir tun hier noch mit. Passt. Nichts zu holen. Okay. Schau, Jungs. Oh Gott, ich komme hinterher. Okay. Wisst ihr was? Ich lock die jetzt zum Soldaten in der Lage. Jetzt wird der Gaudi. Nächstes EP ist mal kurz eben egal. Ich habe bloß auch eine feste Schlacht. Okay. Es ist extrem schnell. Junge. Helft. Hey, du bekiffters Typ. Ich weiß nicht mehr den Namen. Ich bin mir komplett egal. Das ist denen mir komplett egal. Jungs, hier laufen die Schirrschuhe. Jawoll. Jetzt geht es los. Nein, ist ihm egal. Der will uns. Schattenlord Inubis. So, so. Jetzt hat sich mal Loot dabei, der Typ. So eine. Ähm. Ah ja. Da konnten wir ja kurz looten. Krass. 500 Gold mal eben so dabei. Sehr gut. Ich muss mal eben kurz pennen. Ich habe extra eine Kasse sehen wollen. Das habe ich auch geschafft. Keine Ahnung, warum die Kampfmusik jetzt so so abgeht. Ich glaube, irgendwo noch ein Skelett hängt. Kann das sein. Ich glaube, es ist ein bisschen belastend. Ich habe ja gespeichert. Das heißt, ich werde scheiße an. Das packt auch Leute dafür. Für diesen eckhaften Sound. Oh nein. Ja, er hat auch sein eigener Maid. Gut, die Idee. Ich muss da raus. Held. Du musst dafür dann nochmal raus. Ja, okay. Ja, er hat sein eigener. Er hat uns damit geprächtigt, dass er auch wieder gerettet, aber... Ich muss um die Ecke warten, genau. Komm her. Okay, wer da gerade so dumm ist. Ich habe schon zwei Kapseln, unfassbar. Wir müssen jetzt ja mal leer futtern. Oh, wenn sie mir ewig dauert, um uns damit zu heulen oder so. Wir Lebensenergie haben. Okay, ich stürm den jetzt. Okay, jetzt noch mehr als einer. Guck mal, ich finde es schon cool, dass es hier halt ohne Quest einfach so... so ein kleiner Kropter gibt, wo so vieles Geld spawnt und so weiter. Das ist schon cool. Da es eigentlich keine Quest dafür gibt. Das ist cool, dann kauf ich, muss ich echt sagen. Vielleicht kriegen wir davon nur eine Quest, das haben wir schon gemacht. Aber da da jetzt irgendeine Artips dabei hat, die jetzt irgendeine Quest gelassen sind, ist das, glaube ich, ein Bonus. Ja. Mit Quest auf sich. Auch wenn ich natürlich ein bisschen Tricks benutzt habe, um den Schatten überhaupt schnell zu killen. Die sollten ja lange führen. Aber gut, ja, dann gehen wir nochmal zur Sakita, würde ich sagen. Kann ich die auch abhaken? Die Kropter. Jetzt haben wir... Gar keine Ecken, Korin ist mehr so groß offen. Zumindest wüsste ich total keine mehr. Dann hätten wir halt dann, wenn wir Kapitel auf Kapitel 4 wechseln dann, das würden wir uns dann, ich sag sehr oft dann, äh, umschauen, wo neues Viehzeug spawnt ist und das wegmachen. Aber sonst, Erkundungstechnisch haben wir, glaube ich, fast die Ecke jetzt gesehen. Da war eigentlich so das Letzte, was jetzt noch gefehlt hat. Soweit ich zumindest das weiß. Vielleicht hab ich auch was vergessen. Später mit den Erweiterungsmods, wenn wir die irgendwann spielen, da wird eh noch neue Orte und so weiter zukommen und so. Aber jetzt erstmal im Hauptspiel müssten wir eigentlich soweit alles haben. Ja, wow. Ist bei jedem anderen bisher auch gegangen. Ich sehe Geschicklichkeit, ja, okay, brauchen wir nicht. Ich will meine Liebe für Stärke aufgeben. Sag mir was. Ach, vorher kauf ich mal kurz noch eine Getränke hier leer. Ja, genug Kohle und ich brauch halt ein bisschen was. Das hier hat einen Kronstöckel. Komm, das ist teuer, ich weiß, dann machen wir. So, sehr gut, okay. dann dürften wir doch jetzt zwei machen können, genau. Da ging sogar schon noch eine dritte. Wie cool Stöckel haben wir denn? Vier Stück, okay, sehr gut. Dann trinken wir die mal alle. Dann essen wir auch noch mal die ganzen, das ganze Zeug hier, was, äh, Buffs bringt, der Eintopf zum Beispiel. Also, ne, das ist nicht der Eintopf, ich meinte den Eintopf von Tegla. Ich glaube, der gibt nämlich auch Buffs hier. Genau, Stärkebonus. Plus eins. Einen Kronstöckel hätten wir noch. Ja, wir haben eigentlich genug Lernpunkte. Wir könnten auch noch 20 für die Klinikkeit sein klären. Und jetzt waren 30 Stärke haben wir jetzt inzwischen. Ja, komm, aber weil ich eh nicht weiß, was wir jetzt noch alles einsetzen sollen. So. Für welche Sachen ich da noch einsetzen soll, habe ich die Level ab jetzt aber mal in den Trank gesteckt. war vielleicht auch ein Fehler, ich weiß. Aber jetzt brauchen wir noch einen Trank des Geschicks und dann haben wir alle Kohlstöckel verbraucht. Zu wenig Rohstoffe, okay. Gut. Extrakte Heilung, wenn dann. Okay, ja, wir können noch einmal ganz kurz hier eine kleine Sache machen. Tonik. Neue Tabaksoft. So. Dann würde ich sagen, weil ich V bin und nicht zurückklaufen will, teleportieren wir uns mal eben kurz zur Taverne, weil dagegen wir dann tragen wir mir so eine Armbrust. Da die Acht. gut. Hier, ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Und ob? Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Kannst du mir was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zur Zeit etwas mittellos. Wie viel verlangst du? 150 Goldstücke. Hier hast du dein Gold. Gut. Von mir aus das Gasbelohn gegeben habe. Ja, kein Armbrust kann er mir nur beibringen. Ja gut, ich habe das Geld ausgeben, weil ich meine, wir haben ja genug. Klaue immer aber noch so ein bisschen Gold, dann habe ich ein bisschen Zeug. Gut. Dann wäre jetzt die Idee, bevor ich jetzt gleich eben, äh, ja, wie ein Teil was hol wäre. Wir haben jetzt wirklich die Unstieg aus Gold in das Augenhainhaus, dann wäre echt alles erledigt. Krass. Zumindest was ich entdeckt habe an der Quest. Ich war aber überall, ich glaube, das waren alle Quests, die wir bis jetzt machen können. Ganz kurz nochmal zur Hafenstadt. Ich will irgendwelche Sachen mal wieder endlich verkaufen und das mache ich am besten dann wirklich da. Weil ich dann weiß, wo das Zeug geblieben ist. Ich kann uns ja eh nichts mehr beibringen, wenn ich mir eine Geschichte gegeben würde. Genau, liegt bei 90. Okay, bevor ich jetzt wirklich die Geschichte daran lerne, will ich nochmal vielleicht auf 100 so kommen mit Lernpunkten. Mein Bogen kann uns eher auch nicht mehr beibringen. Dann kann es vielleicht Diego, gibt bei Diego vielleicht mehr. Ich bin Hoffnung. Ja, dass er zu viel, was er hat. Ein bisschen Dietrische, passt. Okay, ja. Stärke lernen können wir auch nicht mehr beibringen. Also bei Wolfgar geht auch nichts mehr an eine Hand. Stärke lernen. Mal gucken, kann uns nur die Paladin wahrscheinlich helfen. Ja doch, da gehen wir in den Mannhof. Wie gesagt. Okay, Diego kann uns dann was reibringen. Also da können wir Bogen vielleicht doch bei ihm noch lernen, wenn wir dann seine Quest gemacht haben, aber eh noch vor. Dann gehe ich nochmal ganz kurz zum... Ja, schick kann mir sonst keiner mehr beibringen. Da sind alle die Lehrer, die ich kenne. Oh doch, natürlich. Wir sind so Charme. Könnt euch doch erst alle in den Zweierkampf stecken. Aber da frage ich mich dann warum. Ja, okay, weil wir auf 100% sind. Mehr geht nicht. Geht nur mit Steintafeln. Wir filmen gerade ein. Wir hatten ja noch eine gefunden in der Katakombe. Die sollte ich vielleicht auch mal benutzen. Das war ja auch keine alte, das war ja auch nur normale. Oh, hier haben wir sogar noch... Alter, hier haben wir sogar noch einige. Die haben wir noch gar nicht genommen. Scheinbar unter Armbrustschützen. Lebensnacki. Normale Lebensnacki. Schattelarmarki für mehr Mana und noch mehr Mana. Passt. Aber bei Jürgen habe ich keinen Lehrer mehr. Schick habe ich halt nur die Kast hier. Ein Hand kann ich nichts mehr beibringen lassen. Wir könnten halt nur noch Zweihand lernen auf 100% bringen. Dann könnte ich auch das andere Shirt benutzen. aber da bin ich halt trotzdem nicht schneller mit. Trotzdem noch so lange. So, mal Stärke plus 5. Jetzt haben wir 34 Lernpunkte noch. So, von der 37 Stärke was eine Menge ist. Gut, dann gehen wir einmal kurz zu Kastia noch und lernen noch ein bisschen Schick mit den restlichen Lernpunkten. Bögen würde ich halt auch gerne mal weiter lernen, aber das geht wahrscheinlich erst mit Diego. Okay, ich glaube, das dauert noch. Den Trank für den den einen Trank für die Geschicklichkeit den trinke ich dann erst, wenn wir auf 100 sind und dann kann mich eh keiner bei mir was beibringen. Wobei doch, man kann auch über 200 die Geschick- und Schäge kann man ja über 200 auch mit Lehrern bekommen. Muss man keinen Tränk-Zwing nehmen. Warte mal, ist das Bixi hier. Das haben wir abgelöst, hier ist Bixi hier. hier. Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Yaken da vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korin noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Na, jetzt haben wir noch ein bisschen EP bekommen, weil wir Kisse gerätet haben. Gut. Ja, dann jetzt zu Kasia. Vorher will ich ihm mal gucken, ob ich ihm den Tabak geben kann, so auch noch so ein Interesse. Ich habe eine neue Tabakmischung. Lass mich deinen Tabak probieren. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Ich habe Honigtabak für dich. Es ist mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Kannst du Osohn, der Geheim... Okay, Kapitel 4 kann ich noch mal zu ihm gehen. Schade, dass wir die meisten so ein Kapitel verpasst haben. Na gut, ich wusste nicht, dass er solche Nutzen hat. Ich dachte, er zählt uns an die Kacke und verliebt. Aber es bringt halt einen hohen MP. Naja, jetzt darf ich in den letzten Kapiteln jetzt nicht mehr dran denken. So, jemand sieht es aber nicht anders. Okay. Alles klar. 14 hätte ich noch. Ja, okay. Aber jetzt ist es extrem teuer. 95 geschickt. Gut, dann trinke ich aber noch den Trang, hätte ich gesagt. Dann sind wir wenigstens auf 98 geschickt. Das ist ja auch was. Zack, jetzt sind wir nämlich auch 98, passt. Ja, und das sind Lernpunkte, für was soll ich die einsetzen? Die will ich jetzt ab sofort bekommen. Kann ich nur noch einen Bogen pumpen, bis ich auch bei 100% bin. muss ich aber einen Lehrer finden, der das macht. Ich glaube, die könnte der sein. Und ansonsten würde ich sagen, teleportieren wir uns jetzt mal Richtung Minenpass. Ah, vorher will ich auch noch ein bisschen Zeug verticken. Aber das hatte ich auch noch vor. Egal bei wem, Hauptsache einer dahinter am Marktplatz, dass ich im Notfall weiß, wo das Zeug ist. Rumpfschwert auf zweihand, okay. Ich will auch ein besseres Einschwert, außer eine 30 finden, dass er einen hat, denke man nicht. Gut, ja, ich verkaufe ein bisschen Stuff. zu viel. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich glaube da nicht dran. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ehrlich, ich habe es nicht zufrieden. Ich schwöre, Hagen und Deutsche kannst du alle haben. Seidlich kannst du auch haben. Schlimme Zeiten sind das. Er erzählt alles weiter. Was du nicht sagst. Der erzähle ich gar nichts mehr. Was du nicht sagst. Wir haben nur noch 67 Pfeile. Ich glaube, da liegt nicht der Über 500. Wir müssen noch mal zur Postverfalt werden wir gerade drauf. Vielleicht der und heuer. Der arbeitet auch den ganzen Tag. Erzähl mir nicht sowas. Okay, hier die Bürgerkleider haben wir auch drittend dreifach. Eine heben wir halt pro Art mal auf. So, den Rest heben wir auch auf. Gut. Ja, die ganz anderen Crabzocken haben wir verkaufen. Aber wir haben jetzt 20.000 Gold. Das ist ja schon eine Menge. Ja, genau. Manche, du hast auch Probleme. So, okay. Bossbär ging ja noch. Wir haben hier ganz Felle los, was wir haben. Und dann kaufen wir bei dem noch Pfeile. Wenn er welche hat, ich hoffe, 67 kommen wir nicht mehr lang. Klar. Ja, komm, komm, halt ab. Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh, guck, du Kohle. Wir können jetzt auch mal alles lecker, was passiert. So. Da, bis sind wir da im Lizea un. Da, goldene Kersenstände, goldene Kelch kannst du eigentlich haben. Schale kann er auch haben. Und hier die ganzen Krallen. Wenn er jetzt auch endlich mal vertickt. Zack, wechseln sie. Da, die kauft er uns ja auch nicht so normal ab. Dann können wir sie noch so geben. Ja, mehr brauche ich auch keine Tausenden mit dabei. Da, goldene Ringer. Das ist immer in der Kersenstände. Gut, bis sind zwei Kammer noch losgeworden. Jetzt öffnen wir auch noch die ganzen Lederbeule, die wir über die Jahre gefunden haben, nicht geöffnet haben. Aber wir haben ein bisschen Metanmen schon mal gemacht. Die Tische in dem Fisch, sehr gut. Und hier geht es besser. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufweckt. Ich erzähle dir doch nichts Neues. ganz deiner Meinung. Ich wollte nur testen, ob man die Schatuln hier manchmal öffnen kann. Ne, kann man nicht. Ja, kein. Ist schön, deshalb bleibt ins Kopf immer noch mit uns rumtragen. Ich finde es echt gut. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. mir gerade so aufgefallen. Schlimme Zeiten sind es. Da haben wir jetzt, hier werde ich noch, äh, ich glaube, ich glaube, ja gut, ich habe jetzt auch keine Lust, bei den Rest zu machen. Machen wir weiter. So, Minenpass, Tal. Gold ist jetzt aktuell, ist es, für den Rest spielt es eh nicht mal unser Problem. So, zack, so passen, Korin ist. Boom. Gibt ja eigentlich noch irgendwas, was man töten könnte. Außer Schafe, die töte ich nicht. im Suchende. Ja, und zwar trafen wir es jetzt die Kalle, das ist mal gut. Einfach sein. Passt. So, wir holen jetzt noch Diogos Gold aus dem Minental, hätte ich gesagt. Das heißt, bevor ich jetzt mal den oberen Weg nehme, da seht mich aber mal, ich speichere jetzt aber mal eben, und gucke, ob ich da hinten gegen die Orks eine Chance habe, weil mich aber interessiert, was da ist. Nämlich töten, dann ist es jetzt halt so. Oder wenn ich jetzt dran sind. Okay, ich werde nicht gedodget. Aber trotz was zu der Geschicklichkeit und Kanal-Film-Bogen trifft er trotzdem manchmal nicht. alles klar, das können wir vergessen. hängen gerade fest, ne? Ich packe, ich packe, wo sie nicht hängen, schnell. Ich merke jetzt, dass sie mit Barrikade malen. Das werden wir nicht überleben, Leute. Let's go! Ja, schau mal, da laufen sie erst rein, sehr gut. Ja, man, bitte. Ja, wir kämpfen gut gegen an, aber es sind einfach viel zu viele immer wieder umgestürzt. Bäh. Ich sehe mich sehr, ich kenne schon kurz. Krieg gegen die Orks. Kommt her. Ja, das ist mal ein Feuerbild. Krieg ist schonmal tot. 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 Cooles Ende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.